Hallo, ich bin Anleger Anwalt Joachim Dresch aus Berlin. Thema Widerspruch bei fehlerhafter Lebensversicherung. Interessantes Thema. In vielen Fällen haben nämlich die Versicherer nicht die richtigen Widerrufsklärungen genutzt. Und dann kann man noch heute den Widerruf erklären. Wichtig, man bekommt viel mehr Geld, nämlich sein gesamtes Geld plus Zinsen zurück. Anders als bei der Kündigung, wo es ja zahlreiche Abzüge gibt. Also etwas, was man sehr genau sich überlegen sollte, ob man seine Lebensversicherung kündigt oder ob man den Widerruf aufgrund einer fehlerhaften Widerrufsbelehrung erklärt. Wie das im Einzelnen funktioniert, dazu lesen Sie bitte den Artikel unter diesem Film. Wir brauchen einige Unterlagen von Ihnen. Wir wollen eine kostenlose Prüfung Ihnen anbieten. Sie sollen sehen, welchen Vorteil Sie haben, wenn Sie den Widerruf erklären im Vergleich zu der Kündigung der Lebenssicherung. Wir bieten eine kostenlose Prüfung an. Wir machen einen Vergleich zwischen Widerruf und Kündigung. Und wir sagen Ihnen natürlich auch, welche Kosten für die anwaltliche Beauftragung entstehen würden. Die Prüfung selber ist allerdings kostenlos. Kostenlos. Also, meine Einladung. Wir prüfen es und wir holen Ihnen das Optimum an Geld zurück. Gehen wir es an. Danke sehr.